Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zum letzten Künstlergespräch im Rahmen der Ausstellung Obsessionen zeichnen. Es ist zugleich auch der letzte Programmkunft in unserem Rahmenprogramm. Nächste Woche hätte noch das Konzert von Amarik Go stattfinden sollen. Ich kündige mir das gleich jetzt an. Amarik Go wäre der letzte der jungen Komponisten gewesen, der im Rahmen der Kooperation mit der Musik-Uni zur Ausstellung etwas komponiert hätte. Er hat auch begonnen damit. Er wollte ursprünglich in jedem Raum, gibt es nochmal eine Nummer für einen Audio-Guide, und zu jedem Raum ein eigenes Stück komponieren, und das hätte man sich mit dem Audio-Guide anhören können. Blöd für uns, gut für ihn, hat der junge Mann aus Singapur einen Job in Singapur bekommen, und wir werden nicht mehr zurückkommen. Das heißt, wir müssen leider auf dieses letzte Konzert verzichten, stattdessen wird es nächste Woche nur eine Korradorenführung geben. Das heißt, es freut mich sehr, dass Anna-Maria Bogner mein letzter Gast im Rahmen des Rahmenprogramms ist. Ich begrüße Sie herzlich zum Künstlergespräch heute. Die Arbeit von Anna-Maria Bogner ist ja kaum zu übersehen. Sie ist so außerhalb der Ausstellungsräume vom Proseo und war doch sehr, sehr manifest im Raum, wir werden auch heute darüber zu sprechen, haben, und wie immer bei diesen Künstlergesprächen, oder bei diesen Künstlergesprächen, die wir an und für sich sehr, ich sage mal sehr, sehr familiär, und sehr gemütlich halten wollen, möchte ich dich einfach zu Beginn einmal fragen, du bist ja nicht aus der Steinach, du bist ja aus Nirol, wie kommt man jetzt von Tirol aus, und das ist jetzt nicht so etwas Besonderes, aber wie kommt man mehr oder weniger dazu, jetzt zur zeitgenössischen Kunst, wie war es so deine ersten Berührungen, und vor allem, wie fandest du dann mehr oder weniger deinen Weg zur Zeit, oder zu dieser spezifischen Antheit, der auch zu erlässt? Ein bisschen ausrollen, okay. Also, es ist ganz langweilig mit der Gradlehrung von mir, die wollten was anderes machen, also die wollten irgendwie die Tierärztin werden, und ich wollte dann Künstler, und ich wollte dann, dass sie mehr die Bäcker werden, wollte die, ich wollte von Anfang an Künstlerin werden, ja, also wirklich vom Kindergarten an, also ich habe meine Mutter sehr viel vorbereitet, manchmal, wo die Wert Künstlerin werden, ja, woher das kommt, oder was die ganze Idee jetzt, was das Künstler ist, oder so, das hat es mir nicht wirklich so definitiv entgegeben, so, vielleicht hat auch irgendwer, und ich sage mal, der hat ja nur mitzeichnet so viel, das ist die Künstlerin, also im Scherritz, und bei mir ist das vielleicht, vielleicht, das ist alles, irgendwie pathetisch, irgendwie so ein bisschen geblieben, und da habe ich mir gedacht, ja gut, das passt doch, dann kann ich ja sagen, ich werde Künstlerin, ja, und so, das ist halt so geblieben, also, und ich bin wirklich so ein ganz, ja, zeitweise, würde ich sagen, echt faden, gradlehrigen Weg gegangen, also wirklich, ja, was braucht man zur Kunst, ja, man braucht Materialien, oder man hat vielleicht so einen, zum Kunstbegriff gut, man zeichnet viel, das klingt kreativ, so in die Richtung, ja, oder es macht viel mit den Händen, also, Schauspieler bestätigt, das hat man nie, das wäre es nicht gewesen, also, ich stehe nicht gerne auf Bühnen, also, ich bin halt so im Rahmen hier, also, durchatmen, ja, ja, also, sehr, sehr langweilig, gradlehrig, also, von, von, aber doch halt aufregend genug, dass man dranbleibt, aber das finde ich auch immer sehr aufregend, also, es ist ja, es ist ja auch nicht so, dass ich sage, ich sage zwar, ich mache jetzt Kunst, aber dass man sich so, jetzt fix, fertig definiert hat, und dass das alles so abgeschlossen ist, das ist ja, man wächst ja an jeder Herausforderung, an jedem Raum, man lernt in jedem Raum, in jeder Situation dazu, ja, und, ja, damit wird es. Ihr hört doch raus, das ist, das klingt auch eine Folgefrage, das heißt, wie die meisten, der bei einer Gesprächspartnerin, Partnerin, hast du sehr, sehr früh zu zeichnen begonnen auch, und wie die meisten hast du irgendwie diese Leidenschaft dann auch noch verloren, also, ich kann mich noch lebhaft an die Erzählung von Sophia Grams erinnern, die vorher zu zeichnen begonnen hat, bevor sie zu sprechen begonnen hat, und daher, Mutter Künstlerin war, hat sie wieder Churches and Naked People gezeigt, das ist ja zu verstanden, ihre Kinder gehörten Schullehrerinnen, bei dir waren es wahrscheinlich keine Churches and Naked People, aber es war trotzdem so der vorgeprägte Weg, du bist ja dann, wie auch eine Fachhochschule für Bildhauerei gekommen, also, du hast ihn wirklich geratet eingestellt, und du hast auch eine ungewöhnliche Unterstützung von deiner Familie auch erfahren, weil ich kann mich erinnern, dass du erzählt hast, dass du wieder dann sozusagen so Dokumente gefragt hast, also, das heißt, du hast auch mehr oder weniger die Unterstützung für das, was auch immer Künstlerinnen bedeutet, erfahren, und bist dann an die Akademie gekommen, das heißt, du kommst dann auch irgendwie über die Bildhauerei. Ja, genau, also es war, also, ja, so schulisch, also, ich habe keinen Aburraum, ich habe wirklich so mit 18 die Aufmerksamkeit an der Akademie gemacht, in der Klammernort, wo, okay, zu jung, um eigentlich zu studieren, also, im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, wenn ein Täter da loscht, hat viel mehr Zeit zum Studieren, macht schon keinen Fall so früh den Step auf eine Akademie, aber, okay, gut, jeder hat so sein Ding, und für mich war es halt, vielleicht war es gerade richtig, ja, also, es war halt sehr früh schon sehr die Überforderung, okay, andere, da sind sehr viele im Studium drin gewesen, die sehr viel älter waren natürlich, ja, und die aus ganz andere Richtungen gekommen sind, die eben vorher vielleicht sogar das Medizinstudium gemacht haben, und gesagt haben, ah, jetzt bin Altmark, und aus den Erwartungen meiner Eltern herausgewachsen, und das Studierende Kunst, und das war so, hm, so was, ja, da war ich dann immer schon so ein bisschen neidig vor anderen, aber die haben schon so viel Erfahrung, die haben schon so viele coole Sachen gehabt, ja, und ich komme dann vom Land, aus diesem kleinen Pricksleck, irgendwo am Aderwelt, ja, das keiner kennt, und, ja, das Anzie, was mir halt wirklich geholfen hat, ist halt immer halt dann den Vorteil, den Pausvorteil, den ich gehabt haben war, war halt wirklich, dass ich mit Material umgehen gelernt habe schon, also, ich habe schon die klassische Bildhauerei gemacht gehabt, also, ich habe den Stein abgeschlossen, ich habe gewusst, wo ein Kips oder Beton oder sonst was anderes, oder wie man Gleisseige oder große Plex bedient, also, das habe ich alles schon gewusst, während, mit diesem ganzen Stock, was, was kann Kunst fernab sein, diesen materiellen Charakter sein, der hat mich halt gefehlt, aber das war halt so, das Abenteuer, aha, da kannst du mal wieder Hürdebuch hin und lernen, die Kunstsprache, und schauen wir mal, was da noch so viele Türen aufheben, ja, das ist schon spannend. Ja, du hast ja gesagt, der Weg war vorgezeichnet, bist zur Akademie, und bist zur Gradli gegangen, aber danach hast du irgendwie keine Ahnung, ja, das Ziel war Akademie, und dann war es mehr oder weniger offen, und du bist ja dann auch in eine sehr offene Klasse gekommen, also, das ist bei Monika und Mimicini begonnen, aber bist ja dann zu Franz Graf gewechselt, und die Franz Graf-Klassen, ich weiß nicht, ob das von euch oder von Ihnen weiß, das waren die legendären Klassen in Wien, das waren die Klassen, die sehr rund gingen, wo man sehr lange da war, das war die Party-Klasse, wo der Künstler selbst, der Franz Graf, nicht so oft zu sehen war, aber trotzdem auch, ist es in der Klasse sehr viel weitergegangen, also ich glaube, man hat die seltenste Organisation sehr stark gewöhnt. Es ist was passiert, da ist was gemacht worden, also ich würde jetzt nicht sagen, dass da so viel Party feiert worden ist, also es waren schon Party, also wenn gefeiert worden ist, es hat nicht für drei Stunden gefeiert, sondern eben drei Tage, es hat schon alles so seine Densität gehabt, aber es ist aber definitiv sehr viel gearbeitet worden, ja, es waren viel zu viele Leute, auf viel zu knappen Raum, immer, also es waren auch Arbeitsplätze dort, wo man drei Jahre niemanden gesehen hat, aber da hat man trotzdem den Respekt gehabt, okay, gut, der weiß halt immer kleiner und kleiner und kleiner, ja, aber wenn dann, es ist immer noch der Respekt der anderen Arbeiter, also man hat schon gelernt, dass Kunst sich nicht mehr nur über das Medium, der zweiten oder dritten Dimension definiert, und was ich schön gefunden habe, weil ich bin ja von dieser klassischen Bildhauerei gekommen und die habe sehr lange gebraucht, also für mein Verständnis sehr lange, mir diesen Bildhauerei-Betrufer abzuschütteln, das ist einfach einmal darum stehen zu lassen, zu sagen, man kann uns da wirklich einfach nur denken, und man braucht jetzt da nicht wirklich ein Produkt, weil das Produkt beginnt da und es endet da, weil der Betrachter denkt es weiter, und ja, das war eine gute Schule, das war eine gute Schule, und ganz Grafklasse, und öffentliche Klasse, ja, Gott, wo es nicht umgegangen ist, dein Professor so nah wie möglich zu kommen, mit deinem Abitus oder mit deinem Stil, sondern wo du die Erlaubnis gehabt hast, das war so ein Winsel, einfach zu probieren, einfach zu sagen, mach, du weißt ja schon irgendwann draufgekommen, wann es gut ist, und wann es nicht gut ist, aber mach einfach, es passiert nur, wenn du es wirklich dufst, wenn es angehst, also von dem her war die Franz-Graf-Klasse, wirklich, ja, es war so die, ja, es war eine gute Klasse für mich. das ist sicher eine der umgekommenen, zu den ersten Klassen gewesen, wie Herr Mörder, dass Franz Graf wirklich jeden aufgenommen hat, also es wurde keiner abgelehnt, und er hat eigentlich jeden mehr oder weniger ermutigt, seinen Weg zu gehen, seinen Weg auch zu suchen, und im Unterschied zum Beispiel zu einem, zu einem Rolliger, der Mörder mit die Galater Epikonen herangezüchtet hat, in seiner Klasse, wo man kaum einem seiner Schüler oder Schülerin, der im Kunstpaket wahrnimmt, liest man mit sehr vielen Biografien, vorhin es Künstler und Künstlerinnen, die man gemein kennt in Österreich, sie waren in seiner Klasse, also da muss schon sein eigenes Klima gewesen sein, und Franz Graf gilt ja auch als herausragende Zeigner, er ist, wenn du jetzt ja ein Problem hast, und dessen Zeigner tatsächlich ist das toll, hast du von ihm mehr oder weniger so, so dieses Faible für Zeigner mitbekommen, hat sich da was getan, oder bist du da wirklich so, die Auseinandersetzung, Bildhaberei, Körper, Haut, die du da möchtest? Nein, das ist das ganz andere Prozess, also, in Franz in seiner Klasse war das, das, es ging eben nicht darum, dass du dann, also er war halt eine Malerklasse, also Schwerpunkt war halt schon, also die meisten haben halt gemalt, und ich habe gut gemalt, also ich habe in der Zeit den Film mit Gips und Jutte und Rad, und habe so diesen Prozess, braucht mich von diesem, von diesem, ja, sehr materialverhafteten Medium der Malerei zu, äh, der Büchlererei zu lösen, das war schon wichtig, aber es ist nicht, um die Arbeiten gegangen, die man jetzt da in dieser Zeit macht, es war mehr der Prozess, die Arbeiten, die Daten, dann loslassen lassen, also man macht Arbeiten, und es ist so ungefähr so, man hat das jetzt, das ist ein Kapitel, das kann man jetzt in die Schublade packen, für die Banken, und ein Stepfather gehen, und da hat man dann unterschiedliche Arbeiten gefertigt, also ich habe unterschiedliche Arbeiten gefertigt, um ihn, ja, so zu lösen, also zu lösen von diesen klassischen Vorstellungen, was ist denn jetzt eigentlich ein Kurzstudium, und was, was sind denn jetzt die Erwartungen an uns selber, und wo bin ich denn jetzt eigentlich hin mit dem Ganzen, und, ähm, gibt es da überhaupt ein Ziel, oder ist das alles nur so ein, so ein Sammelsuch, von dem Prozess, und, ja, ja, also das, das klassische Medium, was da in der Zeit für mich nicht gegeben, also es ist voll sehr staubig, von der Bildhauerei, von dem Material, ja, im Moment, aber, es waren schon mehr die Fragen, was, also schon an dem Raum, eben die Frage, schon klar, also so demenspezifisch, was ist denn jetzt Raum, das war schon klar da, das war schon bei Bonagini, also, ähm, sagen, wie definiere ich denn jetzt eigentlich Raum, für mich, und da war es halt noch so ein, sehr körperlicher Zugang, also Raum ist immer nur so weit, wie, wie mir selber, also auch, dass es, dass es ist, ja, und, aber sehr an den Körper geblieben, sehr an den Künstler geblieben, ja, und das hat dann irgendwann nicht mehr gebraucht, und das, äh, verdanke ich definitiv der Franz-Graf-Klasse, das war eine gute, gute, gute Zeit, aber ich könnte es jetzt nicht an einem, entwerfenden Produkt festmachen, zu sagen, das war, das ist immer so ein Nebenwirklauf, also ich bin im Abstrakten, aber natürlich mehr, was ich, als diesen Körper, als solchen, nicht mehr gebraucht, ja, das hat dann, der Körper holt ja jetzt wieder, mit dem Betrachter rein, also okay, der Betrachter hat einen Körper, er bewegt sich durch den Raum, und damit, aber es hat einen ganz anderen Zugang von Körperlichkeit, ja. Du hast ja mal sehr schön formuliert, dass am Anfang wirklich sich der Raum für dich über den Körper definiert hat, und dass der Körper abgelöst worden ist von Betrachter oder Betrachterin, und deine Abschlussrahmen hat dann in der Akademie, war ja dann eine, wo es ganz stark um den Betrachter geht, und das ist ein Wahniger, und wir fahren zum Raum, du hast einen sehr langen, ganz hohen Korridor gemacht, in den man sich erst einmal reinkommen muss, vielleicht kannst du zu der Arbeit ganz kurz was sagen, und sich das dann bei der Leber aufbauen. Weil es ist so das Gegenteil, wenn ich eine Korridor zeige, und diese Arbeit, und das ist meist draußen in der Rotunde, und es sind diese weite, große, lichte Arbeit, die man nicht verarbeiten kann, dann scheint deine Welt dazwischen zu leben. Eva, das ist eine sehr schwere, und schwer zu archivieren, der Arbeit, sie wäre sich heuer zu stören, und sie wäre sich zu vergrüßen. Jetzt habe ich sie elf Jahre eingelagert, das darf sie ja wieder gehen. Ja, das ist ein Stahlkorridor, der ist 9,90 Meter lang, hat eine anfängliche Höhe von 2 Meter Raumhöhe, und senkt sich sukzessive ab 1,65 Meter ab. Da ist noch eine Durchlichtfolie drin, und oben, also das Ganze hat 2,50 Meter, da ist eine ganze Lichttechnik oben drin, mit dimmbaren Röhren, also der ganze Teil ist weiß, rein weiß, wie der Kahl, wie der Baum, also man hat so eine Kahl, wie möglich, und es wird nicht dunkel, also es wird nicht schwarz-dunkel Licht aus, sondern es wird nur dünkel auf die ganze, auf diese annähernden 10 Meter. und hinten ist eine Wand. Und die einzige Anweisung, die der Betrachter gekriegt hat, also vorne steht dann auch noch eine Wand, damit niemand von außen den Blick hascht, was tut denn jetzt der andere, wie macht er das jetzt, was passiert da, weil es geht um die Erfahrung jedes Einzelnen, also wirklich, ich werde da nicht beobachten, ich gebe da nicht mehr Infos mit, als wie ich Schuhe ausziehen und bitte mitnehmen. Und das ist ein sehr seltsamer Ding ist, wenn man sagt, warum muss ich jetzt die Schuhe mitnehmen, wenn ich dann hinten ziehe, dass es nicht rausgeht, das ist nur so eine Gedankenstütze gewesen, okay, was geht es da vielleicht doch weiter. Gibt es immer mit dieser Absurdität, die Schuhe mitzunehmen, ein Tool in die Hand zu, hinter die Mauer zu denken. Und in dem Raum selber, dieser Raum ist eine Stahlkonstruktion mit Verlegeplatten, also im Grunde jeder Schritt, der Raum move mit, also der bewegt sich halt, und Ending wirklich, manche Leute haben das auch wirklich ganz mutig, also meiner Position aus wirklich mutig, weil die haben das dann auch wirklich als Megafon genutzt und haben mit dem Schreien angefangen, weil das hat ja irren Klang, also herrscht alles, und so hat jeder halt so seine Erfahrung gemacht, das hat auch die Leute gegeben, die gesagt haben, nein, du kusch mir mal, also ich lass jetzt da nicht, die Schuhe, die lass ich da, also wenn du die Schuhe rausziehst, dann kannst du das auch so sagen, dann werde ich da sagen, du kusch mir mal, weil ich ziehe jetzt meine Schuhe da nicht aus, gut, genau, ich zwinge dich nicht dazu, das ist nur eine Aufmerksamkeit, wenn du ein Erlebnis haben wirst, wo noch nicht definiert ist, was passieren wird, und was es mit dir macht, dann ist das kein Zwang. Es geht um eine ganz spezifische Raumfahrer, wie sich beide Sachen, das dann mit einem späteren Schaffer, allem, was danach kommt, wieder die Weite entwickelt, die man stärker elaboriert, und hängt für mich zusammen, mit einem Zitat von Michel de Sainteau, der in Kunst des Sandens angeschrieben hat, und dass die Entstehung des Raumes hängt immer mit einer Bewegung zusammen, und diese Bewegung ist verlinkt in einer Geschichte, und diese Geschichte, Bewegung, das konstituiert auch, also wir haben diese sozial-kulturelle Größe, und dann wieder die kathesianische Kiste, auch mit einem Rahmen, in der Breite Höhe, und das erinnert mich auch an diese Erfahrung, die du geschildert hast, als du zwölf warst, als du in der Fabrik in München warst, und ich finde, vielleicht machst du die wiederholbar, ich finde die so symptomatisch auch, für das, wie du mit dem Raume umgehst, und was das tut, Bewegung, Raum, die Geschichte, die da mehr oder weniger dazu innen will, nicht in der Welt, und diese Raum auf die Augen zu erhören. Aber im Roman habe ich irgendwo vorhin, ich habe gesagt, ich habe gefragt, ob es irgendein ein unglückliches Erlebnis gegeben hat, in meiner Kindheit, wo ich gesagt habe, so, das ist es jetzt, und mir ist jetzt nur diese, also wirklich prägend, weil da, wie gesagt, einmal in dieser Kirche, und dann nie wieder, aber ich habe, ich habe das nur so real da, also das ist, ich muss so elf, zwölf, um den Dreh gewesen sein, da habe ich meine Mutter mitgenommen, in die Frauenkirche in München, das ist eine wunderschöne Kirche, also ich kann es wirklich jedem nur ans Laut legen, jetzt nicht, weil man vielleicht das Christentum so toll findet, sondern auch nicht, weil die Architektur so toll ist, und dann gehst du rein, es ist alles zentral aufgebaut, ja, es ist ein langes Mittelschiff, und dann gibt es, kurz bevor ich Fenster komme, diese Bodenplatte, mit einem großen, mit einem riesengroßen Schuhabdruck, oder Fußabdruck, in der Bodenplatte, und man denkt, das ist ja, aha, also ich habe die Geschichte jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders im Kopf, als wie sie vielleicht wirklich ist, aber so hat sie mich halt geprägt, dass das die Geschichte ist von dem Teufel, der in diese Kirche wandert, und er kommt genau diesen einen, diese Bodenplatte weit, weil dann bricht vom Mittelschiff, von der Achse, wo du stehst, und wie du diesen Raum beziehst, oder schaust, die ersten Fenster rein, sprich, dieses Licht blendet ihn, und er verschwindet wieder ins Tunnel, und es ist wirklich so, du stehst genau auf dieser Bodenplatte, es ist nachvollziehbar, du stehst da, und es öffnen sich die ersten Fenster, links und rechts, gehst du nur einen Schritt weiter, die nächsten zwei, nur einen Schritt weiter, die nächsten zwei, links und rechts, also je weiter du in diesen Raum reingehst, umso heller werden, umso mehr macht er auf, und das war eine Geschichte, also das war ein Erlebnis, wo ich sagen kann, okay, da ab dem Zeitpunkt, das war nicht die Geschichte, was ist jetzt mit dem Teufel, nicht so, dass ich jetzt sage, okay, okay, das hat sich jemand für das Böse interessiert, das war es nicht, also es ist nicht die Geschichte, es ist nicht der Katholizismus, es ist nicht das Christentum, es ist nicht der Teufel, es ist aber, dass anhand einer Geschichte, ja, etwas nachvollziehbar wird, dass du, dass ein Konzept da ist, das vielleicht jetzt da eine Geschichte hat, damit man sich mehr damit anfangen kann, aber dass es wirklich funktioniert, dass ein Gedanke da ist, wo man sagt, das kann ich jetzt auch nehmen, ich kann dieser Teufel sein, ich kann diese Rolle schlüpfen und sagen, und es funktioniert, ich kriege das auch nicht, ich bin weder zu klein, ich mache so, ich habe vielleicht kleinere Füsse, also dieser Fussabdruck da, aber es funktioniert, weil jeder, wenn ich sage, jeder hat das Gleiche erleben, und das war schon so ein faszinierender Zeitpunkt, wo er gehört, das ist ein sehr faszinierender Punkt, dass es nachvollziehbar wird, in dem, dass ich es selbst erlebe. Und da ist, da ist ja bei der Geschichte, oder bei der Erfahrung, in der Marienkirche, in München, ist es so diese Geschichte notwendig für die Raumerfahrung, also man hört die Geschichte, und jetzt sieht der Fussabdruck, und plötzlich nimmt man den Raum, war man in der Architektur, war man in der Bar, wie sie aufgebaut ist, man kommt von der Turkenheit ins Licht, das ist genau so die Barriere, der Feuer ist dunkel, dann öffnen sich mehr oder weniger, die großen Fenster, die spätkotischen, und man ist plötzlich in einem Raum drin, und dann hat er ganz eine andere Wahrnehmung, genau diese Raumwahrnehmung, es geht ja bei der Kleine Arbeit auch immer, man geht in den Raum, man nimmt den Raum, und dann arbeitest du natürlich genau, ganz bewusst mit diesen Raumwahrnehmungen, in der Art und Weise, wie man mit deinen Linien, mit deinen Zeichen, oder diesen Raum definierst, den du veränderst, wie du ihn auch verunklärst, oder verunsicherst, und vielleicht kannst du einfach kurz skizzieren, wie du jetzt von diesem Chore berufst, das ist ja wirklich fest, wo ich jetzt mal sagen will, das ist so eine Schnittstelle zwischen Kultur und Architektur, das ist ja ganz, ganz fest, und dann brichst du das immer weiter auf, und schlussendlich sind das ja eigentlich nur mehr Linien, in denen du einen Raum jetzt skizzierst, oder kannst du jetzt. Ja, das ist vielleicht, ich glaube, ich habe aber gelernt, und gedacht, um mir zu vertrauen, ich muss nicht alle Möglichkeiten durchgehen, und sagen, ja gut, ich gebe das immer noch, aber das ist immer so versichtlich vielleicht, also, es ist schon mal so ein Vertrauen, dass, ich will, dass der Betrachter, also, mein Wunsch an die Betrachtung selbst, dass das man erlebt, und ich habe das Vertrauen, dass jeder mit seinen eigenen Erfahrungen, mit seinen eigenen Geschichten, einen Raum betritt, oder eine Arbeit betritt, und dann halt eben, das vervollständigt für sich, oder weiterspimmt, das ist nämlich, keine Arbeit, also, ich würde bei keiner Arbeit von mir wirklich sagen, die ist fertig, aber dieses Fertig, das macht mich ganz fertig, also, wenn etwas auf einen Punkt gedacht ist, wo ich sage, ja, das ist jetzt der Punkt, der ab dem Zeitpunkt hat es langweil, der fahrt, weil da verändert sich dann nichts mehr, da ist zwar ein Stillstand, keine Bewegung mehr, und ich will ja auch lernen daran, also, ich will ja auch sagen, ach, das ist toll, jetzt war ich gerade kurz da, und jetzt gehe ich schon wieder weiter, ja, und das ist nicht am Suchen, sondern, das ist immer so ein, so ein, so ein ständig zu kinken, von tollen Gedanken, jetzt muss ich fragen, was die Frage noch war? Wie die Entwicklung, man verbraucht, diese sehr, sehr, sehr starren, sehr dichten Architektur, genau, Konzept des Gehäuses, um zu diesen sehr wichtigen, leichter, aber immer, wo einfach wenige Schwerden, die Linien auch sein, um den zu bestimmen, und natürlich auch die Wahrnehmung, und zwar noch so halt, den Betrachter und Betrachterinnen, auch zu bereiten, für das neue Zeit, und so eine Idee, die Erinnerung, also wie gesagt, also diese Korridorarbeit, das hat schon mal sehr, das war für mich, dieser Klagen, schmied, eben weg von diesem materiellen, zu denkenden Körper, zu beobachten, also das hat es vorher schon gegeben, also mit dieser Kopffeld-Abbruch-Geschichte, hat es das auch schon gegeben, aber da hat sich das eine, immer die Hand, nur mit dem anderen geben, also die reine Konstruktion, hat immer auch den Körper, braucht in der Unterstützung, und ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, okay, wenn ich das erleben kann, dann können das auch andere erleben, müssen das Vertrauen haben, dass Leute kommen, die sagen, oder nicht nur Leute kommen, die sagen, da ist ja nichts, und die schwirrt sich jetzt nicht aus, sondern dass da Leute kommen, die sich auf dieses Wagen, der undefinierten, des noch undefinierten, zu erlebenden, einlassen, und der Korridor war schon immer sehr, Regeln über Regeln über Regeln über Regeln über Regeln, bis hin zu reiner Betrachtung, also für den Betrachter wird es vielleicht nicht so vollbacken sein, mit Regeln, also wie für mich im Vorfeld, ja, und das hat sich dann halt irgendwann auch, war das nicht mehr, die Materialität hat irgendwann dann halt keine Rolle mehr gespielt, so wie jetzt jetzt keine Rolle mehr spielt, jetzt ist es so draußen, ist so eine Raumstation, oder Zeichen im Raum, die aus großen Komi besteht, das ist wirklich ganz, ganz aber billiges Material, das hat jetzt kann, das muss man jetzt nicht als Heiligtum betrachten, oder als so groß Lager, sondern wenn es jetzt wegzumpt, was? Da darf es auch nicht zerstören. Jetzt noch nicht, das will bis September bleiben, aber dann wird es ganz banal durchgeschnitten, und in den Niskübel geklopft, bitte dann, weil das, und das, das da draußen geht, ist das, die reine Erfahrung, des Einzelnen, das braucht nicht mich, das hat es, mich hat es bis jetzt da gebraucht, ja, und jetzt braucht es aber die Betrachter, und ohne die Betrachter, ist das Ackerwerk, das ist wie die Japaner, den Raum, alles soll ich in Frage stellen, und die Existenz, unseres Egos in Frage stellen, wenn wir nicht da gegenüber haben, bin ich dann überhaupt existent, wenn es von keiner besteht, ja, also braucht die Arbeit, den Betrachter, den Betrachter vielleicht Arbeit, um sich darauf einzusetzen, um zu erleben, zu zeichnen. Ich habe jetzt so viele Ankampfungspunkte, und Fragen, dass ich das weiß, mit welcher ich zuerst beginne, schicke, ich glaube, mit der, du hast gemeint, dass für dich diese Arme, diese Rauminstitution, diese Raumzeichen, unfertig sind, das muss ich ein bisschen nachhaken, unfertig im Sinne, dieses Renaissance-Konzept des Nonfinito, dass du sagst, ich deute mir etwas an, wie diese Renaissance-Zeiten, wenn man einfach viel von Blatt Papier noch da ist, und das für uns so modern, also aktuell ist, weil einfach viel das nur angedeutet ist, und mehr oder weniger, die wissen, dass ich mittlerweile, durch die Neurowissenschaft, dass das Gehirn das automatisch vervollständigt wird, also das wir das sagen, dass es mehr oder weniger dieses Konzept des Nonfinito ist, oder dass du für dich nie deine Arbeit als fertig siehst, weil du einfach immer weiter arbeiten würdest, oder dass du sagst, das ist ein Weg, oder ein Lösungsansatz, hin auf, ich sage mal, zur Erkenntnis, oder einer gewissen Suche, was für dich als Künstlerin relevant ist, dass du sagst, das ist Lösung von Lösung zu Lösung, eine Problemstellung von Problemstellung zu Problemstellung, dass du einfach nie fertig bist, weil du ein gewisses Thema in Verständigung greifst. Vielleicht kannst du dieses nicht fertig sein, um ein bisschen spezifizieren. Schwierig. Schwierig. Naja, das ist wie, wenn man wieder zurückzieht, diesem Material, diesem Gegenstand, was ist Kunst? Was ist denn Kunst? Das ist eine Frage, die, wir hatten, in jeder Zeit, so, wer am lautesten schreit, so, ist eine Definition, in der Hand, und je nachdem, welche Zeit kommt, ist die Definition wieder überschrieben, die ich dem Haus habe. Viel wichtiger wäre die Frage, was kann die Kunst? Die Kunden kann halt immer Fragen stellen. und Fragen, die wir jetzt gar nicht so groß, irgendwie, aber auch beantworten müssen, weil eine Frage ja auch ein Prozess ist. Ich rede jetzt da auch von offenen Fragen, nicht von geschlossenen Fragen. Die geschlossenen Fragen wären so etwas wie, ich habe gerade Hunger. Ja, vielleicht ein bisschen geht immer, ja, Punkt, aber es passt daran. Und die offene Frage ist, was ist Raum? Was ist Kunst? Oder, ja, Antworten in Hülle und Hülle, jede erscheint passend, und keine ist es im Moment. Und genauso ist es mit der Arbeit. Man befindet sich in einem Prozess, es kommt eine Frage. Die Frage versucht man zu deuten oder in Worte zu wackeln, wie es jetzt im deutschen Kommune nicht, das deutsche Kommune nicht berat hält. Deswegen sage ich es über die Kunst oder über meinen Ausgleich. Bereits in, in der Entstehung des Tums, Schaffens, Sprechens, wie auch immer. Und somit ist der Gegenstand er ist unfertig im Kopf, er ist unfertig im Zustand, Prozess entstehen, und wenn entstanden ist, dann nimmt jemand anderer, und es werde später zu etwas anderem, also fertig. Ja, fertig, ich weiß es nicht, auch wenn ich jetzt sage, ich schneide die Kuhnepunker durch, und es ist nicht mehr da. Das ist genauso wie die Musik. Wenn ich ins Konzerthaus gehe, und mir Musik anhöre, ja, wann erfahre ich? Erfahre, ich fahre zwar, wenn ich höhere, während ich die Musik höre, spiele ich, aber meine Erwartungen an das Verhörende und an das Gehörte setzt sich erst in einen Klang nach der Bühne. Sprich, nachdem ich erlebt habe, wird es zu einer Erinnerung, zu einer Emotion. Es wandelt sich, es ist ein ständiger Prozess des Aufnehmens. Und genauso ist es in der Kuhnepunkst, genauso ist es in der Kuhnepunkst oder im Theater, es gleicht sich ab mit dem, was habe ich für Erwartungen. Wenn ich Raum höre, ist es das meiste, ist es halt im Deutschsprach die Schachtel, wo man irgendwie da, der zweidimensionale Träger bei mir, wenn ich jetzt sage, zweidimensionale, klassische Fleischbezeichnung auf Papier, ist es immer die Schachtel. Oder mittlerweile kriege ich das auch, weil ich für mich selber, ich selber brauche die Schachtel mit, in der Assoziation auch. Ich kümmere aus der klassischen Mithau, und kann mir vorstellen, dass da ein Futzel in der Luft hängt und ich spaziere mit Gedanken drumherum. Aber ich gehe ja immer davon aus, dass ich einen Betrachter habe und dem, die hier den Raum näherbringe oder für den, die hier den Raum aufmachen oder eine Möglichkeit schaffen, wo er Fragen generiert oder aufmacht und sage, hey, das ist ja spannend, das kann ich mir auf der anderen Seite nur schauen oder im Moment, ich kann mich da auch hinsetzen und einfach mal genießen, dass da jetzt nicht groß, kein Spektak, aber es passiert trotzdem was mit mir hin. Also die Schachtelkonstruktion in der zweidimensionalen Zeichnung ist nur ein Tool, um den Betrachter ein dreidimensionales Sehen zu ermöglichen. Das wäre ohne dies eine eine Frage gewesen nach dem Fall deiner Zeichnung mehr oder weniger wie das Verrechtnis von Zeichnungen und deiner Raumzeichnung ist, weil du genau in den ersten Zeichnungen in unterschiedlichen Formaten eben auch von dieser zentralen Wege ausgehst, du um wirst du immer in diese kartesianische Kiste und die verunklärst du mehrere Wege. Was du eben im Realraten nicht immer machst. Also ich sage, ich nehme das jetzt gleich ein bisschen vorweg, das ist ein sehr ungewöhnlicher Raum. Der andere Raum, die war ja trotz allem in irgendeiner Form von, ich sage mal, Kiste, in irgendeiner Form in meinem Boxenwesen, in der Ausnahme, in einem oktagonalen Raum, der Polykoman-Mao ist, der fällige Mund-Monte ist, der unterschiedliche Lichtsituationen hat. Also es eignet für sich, wenn man dein Werk kennt, wenn man deine Zeichnung kennt, das Gegenteil von dem, wo man dich jetzt vermuten würde. Also ich glaube, das ist für uns beide ein Wagnis war, ein weniger, diesen Raum da irgendwie vorzunehmen, weil er halt so ganz anders wie es entspricht, weil ich deinen Zeichnungen habe. Mich würde jetzt interessieren, sind diese Zeichnungen für dich so ein, ich sage mal, wirklich ein Tool, wie du das formuliert hast, das sind die mehr oder weniger die Betrachtung, die Betrachtung, um zu festzustellen, dass ich ihre Saum oder Saum-Erfahrung oder Wahrnehmung sein kann. Hängen die für dich zusammen, wie zum Beispiel die Aktions-Skizze mit einer Aktion bei der Informationskiste, dass du sagst, das sind verschiedene Sketches und irgendwann werde ich das realisieren, so wie Studien. Oder ist das etwas völlig separat, ist das mit deinem Raumarbeit, jetzt gar nicht ewig zusammen? Also es ist definitiv nicht der Baublad für irgendeine Institution, ist es nicht, das wird gerne auch einmal so interpretiert, wenn wir sehen, na, weil die Zeichnung am Blatt Papier ist halt, hat auch ganz andere Möglichkeiten, mit Raum zu arbeiten oder Raumfragen zu klären, als wie der reale und baut der architektonische Raum. Da geht es um ganz andere Dinge. Also klar, wenn jetzt, klar ist für mich das Spannendste, nein, würde ich jetzt auch nicht sagen, weil ich die Zeichnung schon als er, also das ist, es ist jetzt nicht wertend, aber natürlich ist es für mich halt spannend, den Betracht da wirklich einmal so loszulassen, zu schicken, wie ich jetzt gehe einmal durch den Raum und bewege die ja. Es hat eine andere Qualität, weil bei der Zeichnung ist es halt, ist es halt das, du kannst viel mehr tricksen und sagen, Moment, wenn du die Linie vollscherst, so könnte ich das ja gar nicht machen. Wie du gesagt hast, unser Gehirn funktioniert genauso, das ist genauso wie da draußen, wenn man sich so ein bisschen durchdenkt, ist es ja die Linie, die von der ersten Dimension kommt und dann ist es bereits in der dritten Dimension, sprich, das Hirn vervollständigt für uns, es macht die Fläche oder es lasst uns im Kreis, lasst uns mehr, weil wir schon so Automatismen drin haben mit dem, was wir bereits erlernt haben und uns als Tools so angezogen oder gezüchtet haben mit unseren eigenen Wohlen, der Assoziations-Tool, unsere Kinder, damit wir überhaupt lebensfähig sind. Und die Zeichnung, das ist halt, also die Zeichnung im Zweidimensionalen, die birgt halt sehr viel mehr Enttäuschungen und sehr, sehr viel Tiefen, würde ich jetzt sagen. Also es lasst den Raum viel und viel viel leichter und endlich denken. Vielleicht ist es das Du, das ich brauche, um zu sagen, hey, was ist denn hinter der Zeichnung, greift auch dahinter. Also, das ist vor allem bei den Zeichnen, wo ich ganz stark mit Pastellen arbeite, die ja hier hinzu machen, sondern ja wirklich eher auf, wo man normalerweise sagt, das weiße Papier ist das offene und dann kommt der schwarze, das Deltfläche und die macht aber, ich greife, ich will, ich will greifen, aber hinter ist noch was. Und wir sind ja immer nur so weit, indem wir uns selber erlauben, uns unserer Träume zu denken. Also, und in Deutschsprachem definiert sich die Assoziation Raum oder der Begriff Raum nur über Grenzen. Also, wir können uns Raum ohne Grenzen, wie ich würde sagen, fast gar nicht vorstellen oder gar nicht. Wer es kann, von dem, ja, vermeide mich, ich kann es nicht. Also, wenn wir uns Grenzen bewusst machen, dann können wir dahinter schauen. Wenn wir sie aber nicht bewusst haben, wie weit oder wie tief sind unsere Möglichkeiten, dann, ja, dann werden unsere Räume, auch wenn wir uns vielleicht frei erfüllen als wie, weiß ich nicht, doch aber sehr beengt und beschränkt bleiben. Und ab dem Zeitpunkt von einer Grenze ziehen, sagen wir auch, Moment, ich werde wieder verstehen, was passiert mit mir, was tut diese Grenze? Und wenn sie nach so einem Gummiband wieder draußen besteht, kann es ja vielleicht auch sagen, ich bin ja ankeinbar. Hier ist nichts passiert, hier ist nichts passiert, in die Kanton Huggel. Ich glaube, Heidegger hat geschrieben, die Anarlogie zu den Griechen, und er hat gemeint, die Grenze ist nichts finales, da wo etwas endet, dass man dort wo etwas sein Wesen befindet, nämlich über die Grenze definiert sich der Raum in seinem Wesen, in seiner Erfahrungsschatz und in seiner Wadenheit. Und er hat einige über Grenze geschrieben, was der hinter der Grenze ist, wie der Raum dahinter war, wie in der Antike oder wie z.B. in Japan eine ganz andere Raumerfahrung ist, dass das viel stärker auch mit den soziogruberischen Relationen zusammenhängt, dass ich eigentlich überbrauche, wo du es vor allem erwähnt hast, um einen Raum zu ermöglichen, weil es mit diesem Austausch gibt, und mit diesem sozialen Raum, du hast das hier gemeint, wenn keiner da ist, der mich in einem Wagen hat, oder der mich bestätigt, was ist denn überhaupt da, das ist wie die Vorsokratikern, wenn ich den Mond nicht anschaue, die sind dann überhaupt am Himmel, ich habe keinen Beweis dafür, so circa, also es ist diese Form von Logika, aber kommen wir einfach zu dem Projekt, hier in Fideausstellung zu sprechen, wie ist es dir aber natürlich damit gegangen, als ich dich gebeten habe, jetzt für so einen Raum etwas zu planen, weil wie gesagt, das ist auch für deine Verhältnisse sehr ungewöhnlich, ich habe mich erinnern an Handelore von Deig, die in diesem Spangenraum hat, die dann so herausfordert hat, die wollte da auch untergegeben und ich finde den sehr, sehr schwierig für einen Ausstellungsraum, erstens ist es so, er ist leicht rund, er steigt, also das ist, museal gesehen, nicht der Albtraum, aber zumindest eine Herausforderung und sie hat genau diese Herausforderung gesucht, also sie wollte so einen Raum, aber in so einen Raum kommt sie nie wieder, wie sie gemeint hat, also das ist eine einmalige Chance, jetzt ist der draußen natürlich das Gegend von einem Wildkick, das Gegend von einer Kiste, ich habe Farbe, ich habe Licht, ich habe Rundungen etc., wie war so dein erster Zugang und wie hast du dich mehr überlegt angeleert und welche Lösung hast du auch für diesen Raum gefunden? Es steht ja auch in sehr, sehr fein ausgearbeitet, das Modell da. Das Modell ist schön, ja, also das steht immer, weil man gesagt hat, das muss da stehen, wenn das Modell verschwunden in irgendeine Ursache, es geht um den Prozess, es geht um den Prozess, also das Argument hat dann gesessen bei mir und ich dachte, ja, stimmt, vollkommen recht, ja, ja, die erste Emotion war, ich hasse sie gerade, wirklich, es war wirklich so, warum kriege ich alle anderen so einen netten, feinen, wild, kjoker, und ich kriege so einen schlagenden Tod, irrsinnig komplizierten, weinlich viel Arbeit im Vorfeldraum, ja, so, hm, sag ich das auch? Und dann hat er mich auch interessiert, das ist, das Blöde ist ja wirklich, ein Künstler sein ist, es interessiert einen ja, die Schwierigkeit eines Raums, ja, ja, dann waren es nicht so viele Stadien von Angst, Stadien, ich werde scheitern, ich werde an diesem Baublan, ich werde nie wissen, wie hoch diese Decke, oder wie, was das jetzt wirklich, in welchen Weltbeformen sind, oh Gott, die haben keinen Schnitt von diesem, von diesem Raum, also, es waren sehr viele Stadien, also, es ist gut, dass ich in Wien war und in Graz war, ich möchte Ihnen ganz kurz einwerfen, die Annemarie Bogen arbeitet sehr, sehr präzise und sehr, sehr genau, das heißt, die exakte Maße sind so eine Grundvoraussetzung für einen Raum, wir haben ja ein altes Gebäude, das revitalisiert worden ist, aber in dem Raum ist eigentlich nichts gemacht worden, außer, dass sie Techniker verlegt haben für das Licht und für den Rauchmähler und sonst nichts, das heißt, es gab keinen neuen Baubringer, das heißt, es gab keinen Aufriss, es gab keinen Grundriss, die haben die Maße nicht genau gestimmt, das heißt, sie musste ja auch mehrmals nach Graz kommen, um das immer wieder nachzumessen, und am Ende hat sich herausgestellt, das war doch nicht so genau. Ja, wir haben 10 cm verschätzt, von, bitte, Maßeangaben, 5 Maßeangaben aus diesem ganzen Raum und sie haben alle gestimmt, auf 10 cm. Also, ich bin froh, dass es wirklich so ein gutes Team gibt in diesem Haus, also ich bin mit dem Herrn Erich Weisch, ich bedanke mich bei diesem Herrn Erich Weisch, der hat echt mein Leben um sehr viel was erleichtert bei der Umsetzungsphase. Ja, zur Rückkehr, ich gebe mich dazu, also, ja, erhofft mich mit dem, das ist besonders so. Also, es war wirklich eine Herausforderung, wo ich jetzt auch lernen durfte, und was die Schwierigkeit für mich wirklich war, ist, eine Einstellung oder eine Zeichnung im Raum zu machen, wo es jetzt um den Grundstück, die Idee der Zeichnung im Raum, ist wirklich der Gedanke, geh auf die Zeichnung, geh zurück zur Linie. Also, wenn es ihr da draußen nochmal durchgeht, falls euch vielleicht auch, es sind wirklich nur Linien. Also, es sind wirklich nur acht gesetzte Linien. Also, eigentlich, von der Anordnung her, ziemlich langweilig gesetzte acht Linien, weil sie sich, weil ich habe ja wirklich jetzt Wochen oder Monate versucht, diese Ordnung des Raumes ein bisschen zu brechen oder zu stören und das ist mir alles zu skulptural geworden. Und ich habe mir gedacht, nein, das geht zum einen jetzt noch gar nicht. Also, das müssen wir jetzt alles tscht, gell? Und dann musst du dich halt einfach eingelassen auf den Raum und sagen, ey gut, ich ordne mich jetzt einfach einmal bei diesem Bauherrkunde und dann zeichnen mal ganz grobe und dann stimmeln und auf dem Zeitpunkt hat es funktionieren angefangen. Und dann war ich jetzt immer, schau, geht doch, nett, es müssen nur noch die Maßnahmen bestimmen. Und dann ist alles, dann wird alles gut und alles gut. Ja, also es war eine Herausforderung, die, ja, bin ich wirklich froh, dass er es gemacht hat. Ja, also mittlerweile passen wir noch. Es ist relativ früh, ich glaube, ich habe eben gesprochen, dass dieser Boden, der muss die weiß sein, also wir müssen da was anklären, also es hätte das auch mit den Verspannungen nicht funktioniert, da kann ich nicht, das muss er wegbauen, etc. Und damit ist das schon einmal beruhigt worden. Dann ist aber trotzdem die Frage, wenn ich deine Zeichnungen zum Beispiel anschauen, oder den anderen Raum entschauen, sondern das hätte wieder sein können, ich hätte ganz viele Linien spannen können, ich hätte das Gehirn machen können. Die Vermutung liegt ihnen genauer, wenn man den Raum jetzt ohne die Installation im Kopf hat und wenn man jetzt reingeht, dass da vielleicht ganz viel von dem ist, dass man irgendwie massiv reinkreisen muss, um sich gegen den Raum zu behaupten. Und du hast dann natürlich das Gegenwerte gemacht, dann irgendwie massiv in den Raum zu gehen, ganz dicht zu werden, ist dann natürlich wirklich bei acht Linien verblieben und wenn man sich das genauer anschaut und man kann die Installation auch betreten, dann ist in den Linien, wie gut den Raum damit auch, wie fühlt es sich besser, es verstörst, du hast eine irrsinnige Bewegung reingebracht. Also man selber hat schon Bewegung, das ist das Schöne, Raum selber, du gehst in einen runden Raum anders rein, als wie in einem vierjährigen, das tut man, man bewegt sich in einem runden Raum, also es gibt schon Leute, die irgendwie so dieses Stage-Ding haben, die mit dir reingehen, aber die meisten gehen wirklich am Rand, den runden Raum entlang, also er hat schon so eine Bewegung, er führt schon so in eine kurvige Bewegung rein, also es ist schon auch was Schönes, weil die Architektur ja selber schon so ein Duwitz, also es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schön und spannender Raum, also ich bin total zufrieden mit dem zu sagen, bitte begeht sie sich, bitte, bitte, es muss jetzt begangen werden. Wir sind ja auch sehr zufrieden mit dem Raum und wir werden ja dann mehr oder weniger wieder anfangen, dass diese, dass die Entfaltung von da mehr stehen, von der Wahrnehmung vom Raum, wie Schäden des Autos bestimmen, eben mit dieser Bewegung auch zu tun, die im Raum vielleicht wieder reint ist oder die man in den Raum reinbringt oder die man auch braucht um Raum zu erfahren oder zu erkunden. Ich würde jetzt einmal hier Halt machen und einmal ins Publikum fragen, ob sich aus unserem Gespräch Fragen, Anleger etc. ergeben haben. Ich würde manchen eigentlich, also mich fast nicht hingehen getraut, weil eben diese weiße Boden da, wenn mich etwas abgeschreckt hat, dass ich dann mit der Farbe da draufsteigen und dann mit der Farbe da draufsteigen ist gedacht, dass es gut geht, so nicht nach außen rum, das war für mich so ein bisschen eine Problematik, die ich als Begrache als Farbe immer noch abkam, also ist es gedacht, dass ich jetzt über das Einglück hineingehe, und sozusagen erkläre, die Gutsfrau war ganz irritiert, dass sie da jetzt in der Staubwischen da ist, das wirkste Gefühl, dass sie darauf hat, sie darf die Dreckflecke im Grunde nicht Dreck machen, weil der Boden ist wirklich so perfekt, dass jeder mal stehen hat und sagt, die Arbeit hat einen großen Sockel, da muss ich jetzt außen rum gehen, ja, nein, das ist, bitte zu begehen, bitte zu belaufen, es durfte auch Dreck machen, es darf genutzt werden, es ist nur die Farbe Weiß gewählt, weil dieser Raume schon so viele Eigenfarben hat, um zu sagen, ich muss ja jetzt irgendwie die Zeichnung schon noch sehen, genau, vielleicht nächstes Mal gebrochenes Eierschalen, die Leute hier sagen auch, das ist egal. Im Modell sieht man eine kleine Figur unterzeichnen, das Modell, unabhängig davon, das Modell zeigt sehr, sehr gut, wie Anna-Maria Bogen an diese Räume herangeht, es ist wirklich diese Annäherung, dieses Verstehen des Raums, wie funktioniert er, wie funktioniert er auch agri-tionisch, wir haben über Lastenverteilung in Zentrale gesprochen, wie sind die Ableitungen, was ist das für eine Kuppel, was kann man das sein, was steht da wirklich nicht, etc. Also es muss der Raum verstanden werden und dann die erste Richter mit Worten anbezeichnen und mit Modellen an, bis das halt auch wirklich funktioniert. Und es sei ja erwähnt, diese Schräge unten bei der Bodenplatte ist jetzt keine ästhetische Lösung, damit es irgendwie harmonischer wirkt, sondern es ist einfach eine Unabwendigkeit, dass man mit dem Tollstuhl auch rauf fahren kann und damit man eine Stolperfalle vermeidet. Also das sind so wieder die Ö-Normen, die da ins Spiel kommen, aber im Wesentlichen geht es einfach darum, dass man unten den Boden halt berückt hat und dass man das einfach fahre wahrnehmen kann. Also ich hätte eben gar nicht diesen historischen Dazug umgeburt, aber ja, das war doch ein schöner Raum, oder? Gibt es noch weitere Fragen? Ich fände mir an, was halt... Du hast vorhin gefragt, wie ich mich annehme und ich glaube, ich bin dreimal ausgestellt, dass du wohl auch nicht absichtlich so nur bei einem ganzen Ansätzen mit einer Quatsch in einer Richtung. Ich meine, ich weiß ja, dass du dich auch, ich sage jetzt schriftstellerisch, dass du dich auch anschreibst an einem Raum. Ich meine, vielleicht ist das ein Aspekt auch, den das Publikum vielleicht nicht kennt, aber man eher vermutlich, in einer Richtung, du hast jetzt kompletter der Realität, dass du jetzt verschiedene Zeichen anzulissen, aber du schreibst ganz viel, wenn du so ein Projekt anzulissen. Vielleicht man hat es da gehört, warum du schreibst und was du das schreibst. Weil das sind ja keine Geschichten. die Frage, was du da schreibst, das bin ich mir selber da auf. Nicht so sicher. Deswegen ist das auch nichts, was jetzt jemand irgendwie dann im Endeffekt liest. Also es darf man nicht lesen. Ich bin da sehr, ich bin da sehr pitzelig, da habe ich immer das gleiche Format, das sind immer meine schwarzen Bücher. Ich bin schon ein bisschen weggegangen von diesem Kühlschmau, das ist zu teuer, das bringt es nicht. Das sind zu viele. Also ich schreib ganz viel, also ich clustere. Das, was ich wenn ich an der Arbeit herangehe, was sind die Ressourcen, die ich brauche. Also da jetzt im Speziellen, kann man es jetzt da ablesen, weil von meinem Prozess sieht man jetzt nicht so viel. Also da hat man viel mehr Prozess mitgekriegt, als bei mir. Aber ich habe jetzt nicht meine ganze Atelier da aufgerichtet. Bei mir sind es halt einfach Monate, wo ich halt wirklich einfach sage, okay, was kann der Raum? Wie bewege ich mich durch den Raum? Das sind also die einen anfänglichen Schritte. Was ist vielleicht historisch, über den Raum zu finden? Was ist spannend? Das habe ich dann geäußert sein lassen. Das ist auch äußert interessierter. Das war äußerst unwichtig. Aber es fängt irgendwo an und ich werde immer mehr und intensiver und intensiver, weil es vor allem ja dieses Moment ist, was interessiert mich denn jetzt bei diesem Raum? Was ist es denn? Es ist ja nicht nur die reine Architektur. Es ist mehr so ein Kitzeln, so ein Antreiben. So sagen, ich werde gerne etwas finden, da muss man unten was sein, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich bin schon laut rangestößt. So wie dieses warm-warm-Kreuz-Spiel in der Kindheit. Und deswegen, also mein Tool, sich anzunehmen, ist halt, ich schreibe, für mich, weil ich jeden Gedanken pausse, wie das automatische Schreiben kann. Jeder Gedanke, da kommt, ist ungefiltert, landet irgendwo in einem Cluster, in einem Text, in einem, meine Güte, manchmal halt eine Erinnerung, das sollte man nur anschauen, oder das Maß ist vielleicht ausschlaggebend. Ja, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, schätzungsweise, wie viele Seiten schreibe ich da, meine Güte, ich würde jetzt schon mal sagen, so 30 bis 40 auf vier Seiten handgeschrieben, und das aber bei jeder Sache, egal ob ich ein Zeichen mache am Papier, oder ob ich ein Zeichen mache im Raum, also bei meinem Tool ist das Schreiben, und nein, du darfst das nicht wissen. Geht nicht, das ist so für mich mein Prozess, damit ich anstarte. Und dann wird es trocken, dann brauche ich jedes Maß, das ich kriegen kann. Dann werden, also da draußen steht jetzt ein Modell, es gibt da schon Vormodelle, die mitstimmen, und Dinge, also da nähert man sich an, bis man sagt, okay, gut, jetzt hat man einigermaßen eine Idee, wie der Raum funktioniert architektonisch, dann wie funktioniert er, wie begeht ihn, wohin will ich den Betrachter haben, wie will ich, dass er sich bricht, wo ist die Zeichnung, weil die Zeichnung selber ist ja okay, wo spielen sie mit dem Betrachter von der ersten Dimension der Linie über die zweite, was macht das Gehirn aus diesem Ganzen, wo macht das Gehirn eine Fläche, das wäre die zweite Dimension, während er sich bereits durch die dritte Dimension bewegt, um die Linie, nämlich herum. Also, das sind ganz, ganz viele Fragen, die sind alle gleichwertig, aber das, was im Endeffekt dann stimmen muss, dass ich sage, okay, das sind jetzt diese acht langweiligen Linien da draußen, mit ganz viel Spannendes machen, muss das Bauchgefühl stimmen, es muss das stimmen, was ich nicht wähle, in die deutsche Sprache zu verpacken. Das ist nichts Rationales. Das ist das, was sich jeder Künstler für sich erarbeitet, irgendwann zu sagen, ja, das ist es, da hinweilen. Und das ist so, das so blieb dann mal zu beuten, ja, ZB, ja, dieses, diesen Moment vielleicht, im Ganzen, ein sprachliches Gerüst zu geben, weil meine Sprache ist da draußen. Ich kann es mir so sagen. Jetzt ist das, jetzt muss ich dir noch eine Frage stellen, weil es natürlich die Abschließende schon ist, aber in diesen Künstlergesprächen, in dem Rahmen der Ausstellung, hat man sehr oft gesehen, dass viele Zeichner und Zeichnerinnen werden, wenn wir das Medium zeichnen, ja, nicht mehr als Form des Denkens, für sie ist Zeichner, oder wenn wir denken, das ist so eine gestische Form des Denkens, sie zeichnen und kommen über das Zeichnen, dann werden wir ja zu neuen Fragen, zu Lösungsansätzen, zu einer Form von Erkenntnis, wie auch immer. Und bei dir klingt das jetzt so, als wäre das nicht das Zeichnen, das die dahin bringt, sondern als wäre es auch für sich das Schreiben, das die dahin bringt. Jetzt sind die beiden natürlich verwandt, da gibt es auch die Abil, und Kinder, mit dem Schreiben und Zeichnern, also, die hängen schon miteinander zusammen, und trotzdem ist das doch eine andere Ebene. Wie siehst du das selbst, weil du hast ja dann trotzdem noch die Zeichnerin. Also manchmal denke ich mir, ich hätte gerne ein Dektyrgerät im Kopf, um schnell zu sein, weil eigentlich, gegen diesen Kopf, das sind die Gedanken, und ich bin nur, das Özel, das ich mitschreiben kann, dass ich schnell bin, nehme ich raus, also, die laufen schon durch so einen Filter, wie schnell ist meine Hand, weil ich schreibe nicht am Computer, ich schreibe wirklich mit der Hand, und da geht natürlich auch viel verloren, aber ich würde sagen, das Zeichen beginnt wirklich bei mir in den Kopf, das sind Gedanken, das sind Wellen, das sind Gedanken, das sind Realitäten, das sind Räume, das sind vielleicht Nieren, oder Bauchgefühle, Pfefferkörner, und das, was man halt aufschreibt, das werden wir uns dann schnell los, und es endet dann halt in Linien, die wieder die Essenz dessen sind, wo man vielleicht hin will, oder das Ganze am ehesten, so verorten können, und dann löst es sich aber wieder auch eben in der wirklichen Zeichen, in der Gedankennheit des Produkts. Also das ist eigentlich das, was mir so, ja, das versteht mich so zufrieden, ganz schön, das ist fanglösen total, und endet nur wieder. Ja, es endet eigentlich nur Betrachtung, Betrachtung, und ich erinnere mich noch lebhaft, das war eine meiner ersten Kunst, zufragen, das war eine Skizzenbüche von Diannado da Vinci, der auch immer versucht hat, seine Gedanken, und das, was in seinem Kopf vorgeht, das ist ein sehr wichtiges Gedanken, also wenn er mit dir Gedanken gehabt hat, oder Gedankenprozesse, das wollte er immer fein aufschreiben, zuerst, wenn der Kindertainisch, und man ist ja immer gleich ins Italienisch gekippt, weil das nicht schneller gegangen ist, und dann hat er aufgehört zu schreiben, hat er gezeichnet, weil es ging noch schneller, dann konnte er noch klarer ausdrücken, was er wollte. Bei dir scheint das nicht zu sein, also man könnte man abschliesslich sagen, du bist kein Da Vinci. Definitiv kein Da Vinci, kein Da Vinci. Nein, Maria Brugger, ja. Also man darf sich das Schreiben jetzt wirklich nicht als ein verbrachten Text vorstellen, da sind schon dazwischen auch irgendwelche Grimmel, oder Pfeilchen, oder Schachtel, aber das, was der erste Schritt hin, weil davor, bevor ich davor ein Modellbau basiert, auch zeichnen sehr viel, aber jetzt alles Teil des Prozesses zeichnen. Ich denke nicht, dass eine Zeichnung, also ich definiere eine Zeichnung nicht anhand seiner Materialität von Stift auf Papier oder von Linie im Raum oder von Konstruktion von Holz, könnte man ja auch so nehmen, weil Gedanken sind Konstruktionen, wie Kautenhäuser, die können stehen und dann können sie wieder umgehen, und es sind trotzdem Kauten, und es waren nun mal Häuser, als Konstruktionen, und das ist nichts Greifbares, das ist im Prozess so ungreifbar, dass es eben gerade fühlen ist, an diesen Veränderungen, an dieser späten Veränderungen teilzuhaben. Und das ist Zeichen, und das beginnt Denken beim Denken. Ich finde, das ist ein sehr schulter Schlusswort. Gibt es vielleicht sonst eine Frage, Ansonsten hätte ich vorgeschlagen, man verlagert, also eine der vielen Bars in unserer neuen Begegnung und setzt das dann vor. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihr Kommen. Die Ausstellung läuft, wie gesagt, Sie wird jetzt fertig am Wochenende, also der Lauf-Mative-Dage geht zu Ende, und Sie bleibt jetzt das Klassische, das tut der Ausstellung bis 2. September stehen. Also bitte kommen Sie trotzdem wieder, bringen Sie Ihre Freunde mit. Das ist ein sehr schöner Abend. Danke. 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 Danke.